Your favorite station! Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, ganz egal wo Sie uns gerade empfangen, hier ist die Kurzwelle 6070 kHz in 49 m Band und Sie hören das Programm von Radio D.A.R.C. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be listening. This is Shortwave 6070 kHz in the 49 m Band and you are listening to Radio D.A.R.C. The R.A.R.C. Radio, your favorite station! Hier ist Radio D.A.R.C., die Stimme des Deutschen Amateur-Radio-Clubs TV. Wir senden unser Hauptprogramm immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlage der ORS in Wien. Wiederholungen erfolgen montags um 17 und 20 Uhr Lokalzeit ebenfalls auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 10 kW aus Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen sonntags 15.05 Uhr und montags 16.05 Uhr von Rundfunk Meissner aus Eschwege übernommen und auf UKW im Raum Nordhessen abgestrahlt. Es sind auch mehrere Web-Screens verfügbar. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Gerichten aus der Welt des Amateurfunks und der Kurswellen sowie störungsfreien Empfang mit S9++.